Heute geht es um eine Standard-Entwicklungsumgebung. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es darum, wie wir unsere neue Entwicklungsumgebung bauen und benutzen. Was heißt, nach diesem Video solltet ihr genau verstehen, wie genau die Tutorials von mir starten. In dem Moment starte ich ja in den meisten Fällen mit einer Baseline. Diese Baseline erkläre ich heute, sodass man in Zukunft die Tutorials einfacher nachvollziehen kann. Was heißt, ich erkläre hier nicht vollumfänglich, wie man die perfekte IDE erschafft oder wie perfekt benutzt oder perfekt an euer Projekt integriert, sondern wirklich, wie man quasi meine Standard-Entwicklungsumgebung für die Tutorials aufbaut, wie die funktioniert, wie ihr sie eventuell ein bisschen konfigurieren könnt. Aber hauptsächlich, wie ihr so schnell wie möglich up and running seid für das eigentliche Tutorial. Und wie man zum Beispiel aus JavaScript-Files ein JavaScript-File erzeugt, wie man aus SCSS ein CSS-Datei oder ein CSS-File erzeugt. So was werden wir heute machen, aber wie gesagt, nicht vollumfänglich wie. Wenn ihr das gerne möchtet, schreibt das in die Videokommentare. Gerne mache ich in Zukunft weitere Videos. Ansonsten, wenn ihr Fragenprobleme habt, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr Discord. Da könnt ihr Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinn austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Das erste, was wir jetzt machen, ist mal besprechen, was eigentlich für Erwartungen an unsere Bildumgebung, an die Tutorial-Umgebung gestellt werden. Also gucken wir uns erstmal die Feature-Must-Haves an. In dem ersten Moment ist das Wichtigste für mich, dass es sehr schnell und einfach zu nutzen ist. Was heißt, mein Ziel ist es, mit diesem Video eine Umgebung breitzustellen, der jeder quasi relativ einfach folgen kann, die man innerhalb von wenigen Sekunden hochfahren und nutzen kann, um den Tutorials in Zukunft folgen zu können. Das nächste ist, man möchte JavaScript und TypeScript als Bundle nutzen. Also ich möchte die Möglichkeit haben, verschiedene JavaScript- und TypeScript-Dateien einfach einsetzen zu können, ohne dass man hier quasi komplizierte Sachen erstellen oder machen muss, weil in Zukunft wird es JavaScript- und TypeScript-Videos geben, auch wenn sich die Community dafür ausgesprochen hat, nur JavaScript zu nutzen. In Zukunft wird es also auch auf Basis dieser Tutorial-Umgebung verschiedene TypeScript-Videos geben. Das nächste, wir möchten gerne einen Reload bei STRG S. Also in dem Moment, wenn ich speichere, soll quasi die Umgebung sich selbst aktualisieren, also einfach ein Live-Reload, das macht einfach die Entwicklung deutlich angenehmer, wenn man beispielsweise nicht immer in den Browser gehen muss, um R5 zu drücken. Außerdem möchten wir in Zukunft SAS hier als SCSS-Value nutzen. Also ich möchte, dass das Ganze einfach implementiert ist, dass wir hier nicht viel machen müssen, dass quasi unsere Bildumgebung aus SAS-Dateien Punkt CSS-Dateien erstellt, wenn wir das Ganze später irgendwo einbinden oder verwenden möchten. Das hat dazu geführt, dass ich mich für VEAT entschieden habe. VEAT ist ein sehr neues Bild-Tool, was wirklich, wirklich gut ist. Es ist unfassbar schnell, extrem klein und im Verhältnis zu GALB, dem ehemaligen Bild-Tool auf diesem Channel, viel, viel einfacher zu nutzen. Dieses Video ist aber kein wirkliches Tutorial zu VEAT. Also wer das möchte, kann das gerne mal unten in die Videobeschreibung schreiben, sondern es geht in diesem Video darum zu verstehen, wie die Entwicklungsumgebung für die Tutorials funktioniert, um den Tutorials einfacher folgen zu können, um das quasi nicht in jedem Video neu zu erklären. Deswegen werden wir VEAT installieren, einbinden, daraufgehend unsere Entwicklungsumgebung bauen. Aber wir werden viele Features, die VEAT bietet, nicht wirklich betrachten. Wenn ihr das möchtet, schreibt das in die Videokommentare. Gerne mache ich dazu mal ein vollumfängliches Video. Das, was unser Bild-Tool eigentlich können muss, ist natürlich das Wichtigste. Und zwar, wir haben einmal ein Development-State, oder unsere Dateien, die in dem SRC-Ordner liegen, wo wir später unsere Tutorials erstellen, und dann ein Build-State, was quasi aus dem Development-State generiert wird, zum Beispiel halt statt SASS, dann später SCSS, statt SCSS später normale CSS-Dateien. Das, was wir auch machen möchten, ist natürlich dann verschiedene andere Dateien bundeln und exportieren mit Hash-Values für den Nutzen wirklich auf einem Server. In unserem Fall haben wir hier eine Index-HTML, da schreibe ich dann später meinen HTML-Code für die Tutorials rein. Dann haben wir irgendwo einen JS-Ordner, wo dann beispielsweise eine Main.js-Datei liegt, die wiederum Code aus der Slider.js-Datei nimmt. Dann haben wir irgendwo einen SCSS-Ordner, wo wir einen Style.scss haben und einen Slider.scss zum Beispiel, wo wir dann Code für einen Slider, den wir in einem Tutorial bauen, quasi einfach importieren können in unseren SCSS-Bereich. Und dann haben wir vielleicht verschiedene Assets, wie eine Roboto-Schrift oder eine Demo.jpg-Datei, einfach ein Bild und das Ziel ist, dass unser Building-Tool in dem Moment halt Veed hingeht und sagt, okay, wir compilen den Code zu einer Index-HTML mit einem Hash-Value, dann einem JS, also Index.hash-Value.js, einer Style.css und es sollten auch nur die Assets wirklich exportiert werden in unseren Building-Ordner in dem Moment, wenn sie genutzt werden. Also in dem Fall wäre zum Beispiel das Demo.jpg nicht Teil unseres finalen Builds, weil es nicht in dem Projekt verwendet wird, zum Beispiel ein Icon, was zwar im Projekt hinterlegt wird für die Zukunft, aber noch nicht wirklich genutzt wird. Das ist also das, was wir erreichen wollen in diesem Video und das werden wir gleich auch bauen, dass es genau so funktioniert. Das nächste, was dieses Tutorial nicht abdeckt, ist als erstes ausgeschlossene Features und zwar der Support von ENV-Files. Also dieses Tutorial bietet nicht die Möglichkeit, verschiedene Environments für die Umgebung zu erstellen. Zum Beispiel so etwas wie eine produktive, ein Development- und eine Testing-Umgebung oder so etwas. Wenn ihr so etwas möchtet, wie gesagt, schreibt es in die Video-Kommentare. Das nächste, der Support von Unit- oder End-to-End-Testing. Unsere letzten Umgebungen haben den Support hierfür geboten. Das habe ich jetzt absichtlich hier nicht integriert, weil es in den Tutorials nicht verwendet wird. Wenn ihr gerne mal ein Unit-Test- oder End-to-End-Testing-Video mit Veed sehen wollt, schreibt es in die Video-Kommentare. Das würde ich in Zukunft aber unabhängig der eigentlichen Entwicklungsumgebung machen. Das nächste ist Server-Side-Rendering. Veed bietet von Haus aus Server-Side-Rendering, was man relativ einfach implementieren kann. Das wird in diesem Tutorial auch nicht wirklich behandelt, weil es, wie gesagt, nicht das Ziel ist, sondern das Ziel ist, eine einfache Umgebung bereitzustellen für zukünftige Tutorials. Auch der Support von SAS-Auto-Präfixing oder der Support von Image- bzw. Asset-Processing, also dass man beispielsweise Bilder klein rendert oder solche Geschichten, findet hier keine Verwendung, weil ich die Konfigurationsdateien so einfach wie möglich halten wollte, sodass jeder dem Tutorial wirklich innerhalb von Sekunden folgen kann. Er muss quasi nur drei Befehle eingeben und kann jedem Tutorial von mir in der Zukunft folgen. Deswegen habe ich diese Sachen absichtlich rausgelassen. Auch der Support von TypeScript ist nicht Teil dieses Tutorials. Wir werden in Zukunft TypeScript-Videos haben. Dann werde ich aber explizit darauf eingehen, wie man diese aktuelle Umgebung TypeScript-fähig macht, was sehr, sehr schnell passiert und nicht wirklich viel Aufwand bedeutet. Das alles ist quasi, was wir brauchen, um dem Tutorial jetzt folgen zu können bzw. um unsere neue Entwicklungsumgebung einzurichten. Und damit starten wir jetzt. Zoom los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Hier sind wir schon auf der Seite von VEAT und ihr seht hier die wichtigsten Eckdaten, aber die haben wir gerade ja schon ein bisschen diskutiert. Und das Wichtige, was wir jetzt machen, wir klicken hier auf Get Started und scrollen hier mal runter, um quasi unseren initialen Befehl zu sehen. Den kopieren wir uns jetzt und öffnen mal Visual Studio Code. So, los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Und zwar haben wir hier unsere Standard-Entwicklungsumgebung offen. Man sieht aber, dass nicht wirklich viel davon übrig geblieben ist, und zwar nur noch unsere changelog.md. Ansonsten sind wir hier in dem Repository. Das ist unter Videobeschreibung verlinkt. Aber das Erste, was wir machen, ist, wir erstellen ein neues Projekt in dem Moment, wenn wir das einfach einfügen. Das müssen wir jetzt natürlich noch benennen. In dem Fall nennen wir das so wie das alte, nämlich ud-basic-webdev-setup. Das speichern wir jetzt ab. Wir wollen hier Vanilla nutzen, aber ihr seht, man hat auch die Möglichkeit, Svelte, Lit, Pre-React, React, View oder sowas zu nutzen. Aber wie gesagt, die Community hat sich für reines JavaScript entschieden, weswegen wir hier auch nicht Vanilla-ts nutzen, sondern reines JavaScript. Das Erste, was wir jetzt machen, hier oben hat sich nämlich neue Ordner erstellt, das alles zu kopieren, hier rauszuziehen, und das hier oben können wir jetzt löschen. In dem Moment, wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt mit npm-i das Ganze installieren. Das geht sehr, sehr, sehr schnell, weil Veed quasi nur 14 Packages nutzt, was halt extrem praktisch ist. Dadurch wurde das jetzt auch so schnell hier oben alles installiert. In dem Moment, wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt auch hingehen und sagen, okay, npm run dev und in dem Moment starten wir unseren Entwicklungs-Server auf dem Port 3000 und wir können das Ganze mit Host auch noch exposen ins Netzwerk, falls ihr beispielsweise von einem anderen Gerät wie einem Tablet oder einem Handy auf eure Entwicklungsumgebung zugreifen wollt. In unserem Fall machen wir das aber nicht und ich lösche das erst mal raus, weil wir müssen jetzt hier einiges konfigurieren und das Erste, was ich hier jetzt mache, ich erstelle mir einen neuen Commit und sage create new project. In dem Moment speichere ich das Ganze jetzt einfach mal als Commit ab und wenn wir das getan haben, wird das hier alles auch jetzt nicht mehr bunt, sondern wir sind jetzt wieder auf einem Git-Status, falls wir zum Beispiel später zurück möchten. So, nachdem wir jetzt unser Verzeichnis erstellt haben, sehen wir hier die eigentliche Entwicklungsumgebung und hier sehen wir unsere style.css, eine main.js und eine index.html. In der index.html wird hier unsere main.js geladen sowie einen div-Container erstellt mit der ID App. Innerhalb unserer main.js sprechen wir diese ID App an und laden dann ein bisschen HTML rein. Hier oben laden wir unsere style.css und das ist auch schon alles, was wir brauchen, damit die Entwicklungsumgebung an sich funktioniert. Man könnte sie jetzt so nutzen und damit wunderbar schon einen kleinen Prototypen oder Teile aus diesen Tutorials, die ich mache, erstellen, aber ich bin nicht wirklich ein Fan davon, dass man quasi Konfigurationsdateien wie die Package.json, wie etwas wie Changelog oder auch die vid.conf.js auf derselben Ebene hat wie zum Beispiel die Style-Dateien. Deswegen erstelle ich mir immer einen Source-Ordner, der nennt sich src. In diesem src-Ordner haben wir beispielsweise einen Assets-Ordner, wo wir gleich noch Schriften importieren. Wir haben hier aber auch einen js-Ordner für unsere JavaScript-Files und einen scss-Ordner für die zukünftigen scss-Files, die wir nutzen, weil ich ja wie gesagt nicht auf reines CSS arbeiten oder darauf aufbauen möchte. In dem Moment müssen wir hier unsere main.js natürlich etwas anpassen und erst mal ziehen wir die in unseren js-Ordner, dann die style.css in unseren scss-Ordner, unsere index.html sowie auch das faficon auf die oberste Ebene unserer Source-Ordners, sodass wir hier quasi einen Dateibaum erzeugen, wo alles, was zum eigentlichen Projekt gehört, direkt in dem Source-Folder liegt und in dem Assets. Wie gesagt, wollen wir jetzt hier auch noch einen fonts-Ordner hinzufügen. Das füge ich hier einfach mal ein, indem ich hier sage fonts, nämlich roboto-bold, light und regular. Und wir sagen jetzt auch, unsere scss-Datei muss natürlich hier erstellt werden. Das heißt, wir machen aus unserer style.css eine style.scss-Datei. Und was wir jetzt noch brauchen, ist die Möglichkeit, sass überhaupt in unserem Projekt verwenden zu können. Dafür sage ich npm-add-d sass. In dem Moment, wenn ich das hier eingebe, wird nämlich jetzt unserem Projekt sass hinzugefügt. Wenn wir jetzt in unsere Package gehen, sehen wir, dass hier sass nämlich in der Version 1.4.9 hinzugefügt wurde. Das Ganze können wir jetzt schließen. Das mache ich mal wieder klein. Und in dem Moment kann Beat unseren style.scss hier verstehen und das Ganze verwenden. Wir machen das Ganze mal ein bisschen anders und sagen hier, wir haben einfach ein Body. Die hat eine Hintergrundfarbe, Background, Color und zwar hier Green. Speichere ich das Ganze mal ab. In dem Moment funktioniert das. Was natürlich noch nicht funktioniert, ist unser Pfad hier in der Index.html. Und zwar müssen wir hier in unseren JS-Ordner reingehen, damit der Pfad wieder stimmt. Wenn wir das Ganze abspeichern, würden die Pfade so wieder funktionieren. Allerdings würde unsere IDE oder Beat so aktuell nicht laufen, weil die Pfade zur Index.html nicht stimmen. Hierfür müssen wir uns nämlich eine neue Konfiguration erstellen, nämlich die Beat.config.js. So, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist das Ganze auch wirklich erreichbar machen. Dafür sagen wir Import. Hier machen wir Define.config direkt aus Beat. In dem Moment, wenn wir das hier einmal richtig formatieren, sage ich jetzt Export, Default und dann Define.config. Hier exportieren wir ein Objekt beziehungsweise geben Define.config ein Objekt mit. Das Erste, was wir hier sagen, unser Root-Ordner ist der SRC-Ordner. In dem Moment würde unsere Entwicklungsumgebung auch wieder funktionieren. Wir können hier aber auch noch so was wie beispielsweise Assets.include hinzufügen und sagen jetzt, okay, welche Assets wollen wir denn hinzufügen. Wir gehen jetzt von unserem SRC-Ordner aus. Also wir sind quasi in unserem Source-Folder und können hier sagen, okay, dort drin alles, was in Assets liegt. Da sagen wir, jedes Unterverzeichnis und jede Art von Datei möchten wir gerne als Assets in unser Projekt inkluden. Das gucken wir uns gleich am Beispiel von Schriften an, die wir ja schon hinzugefügt haben. Und hier sage ich aber, okay, wir haben auch noch ein bisschen Customizing, was Bild angeht, nämlich einmal Empty Out Directory. Das sage ich True. Das bedeutet einfach nur, dass unsere Dist-Folder, also unsere Bilddatei, die wir aus wie draus erzeugen, immer geleert wird in dem Moment, wenn ihr neu baut. Also es wird nicht quasi nur die neuen Dateien oder die geänderten Dateien hinzugefügt, sondern es wird immer komplett neu alles rausgelöscht und neu hinzugefügt. Außerdem sage ich, wir wollen natürlich eine eigene Directory. In dem Fall sage ich hier einfach Punkt, Punkt und dann Slash Dist. In dem Moment, wenn ich das jetzt so abspeichere, sage ich hier npm run build. Und wenn ich das mache, wird unser Projekt gebaut, aber irgendwas hat noch nicht funktioniert. Was hat nicht funktioniert? Er findet unsere Datei im JavaScript natürlich nicht. Und zwar müssen wir hier sagen, wir gehen hier ein Verzeichnis raus, gehen in unseren SCSS-Verzeichnis und haben hier unsere Style.scss, speichern das Ganze ab, machen nochmal run build. Jetzt funktioniert es wunderbar. Und wir sehen, wir haben hier oben jetzt einen Dist-Ordner, der wird von Git auch erfolgreich ignoriert. Haben hier unsere Index-HTML, wo wir jetzt sehen, dass auch beispielsweise unser Style-Sheet hier importiert wird. Und das liegt alles hier in dem Assets-Ordner. Das hat auch alles Hash-Values im Namen, also Index. und dann Hash-Value.js, Index.Hash-Value.css. Ihr könnt natürlich die Namensgebung komplett verändern, wie ihr wollt. Das geht alles über Rollup und Plugins direkt in Veed. Der Link dazu ist unter der Videobeschreibung. Das kommt vielleicht in zukünftigen Videos, aber für dieses Tutorial reicht uns das so. Wozu sind diese Hash-Values da, die da drinstehen? Das ist einfach für Caching. Also in dem Moment, wenn der Dateiname sich ändert, erkennen viele Caching-Tools das als Änderung. Und solange der Dateiname sich nicht ändert, liefern die quasi immer denselben Cache, beziehungsweise dieselbe Datei aus. Deswegen ist das ganz wichtig, dass das hier drinsteht. Aber ihr seht, dass beispielsweise in unserem Source-Ordner, in dem Assets-Ordner liegen Fonts und dann hier drei Schriften drin, die fehlen hier oben. Und das ist sehr clever, weil Veed erkennt selbstständig, ob Assets genutzt werden im Projekt oder nicht. Und wenn die Assets nicht genutzt werden, dann werden die gar nicht erst mitgebaut und mit in den Dist-Ordner gesteckt, um beispielsweise Platz- oder Übertragungsraten zu minimieren, die euer Projekt auf dem eigentlichen Production-Server dann später benötigt. Wir können jetzt aber in unsere Style.css gehen und hier zum Beispiel eine Schrift definieren. In unserem Beispiel sage ich jetzt einfach, okay, wir nutzen jetzt die Roboto-Schrift und wir sagen jetzt hier, okay, wir haben Fontface. Natürlich haben wir nicht nur einen Fontface, wo wir sagen, von Family Roboto, unser Source, also wir zeigen hier auf quasi gerade Roboto-Bold.tf und sagen Schrift, also Fontwide 700. Das Ganze machen wir jetzt noch zweimal für Regular und Light. In dem Moment, wenn ich das jetzt speichere und hier npm run build eingebe, sehen wir, dass unsere drei Schriften ebenfalls mit Hash-Values in unserem Production, also in dem div-Verzeichnis liegen. Und in dem Moment können wir das wunderbar verwenden. Wir können jetzt hier einfach mal npm run dev eingeben. In dem Moment starten wir unseren Entwicklungs-Server. Ihr seht hier jetzt ja wie gesagt den Port 3000. Man kann das Ganze auch exposen in euer Netzwerk, falls ihr beispielsweise mit einem Handy oder einem Tablet das Ganze untersuchen wollt. Aber grundsätzlich funktioniert das so wunderbar. Und wir können jetzt hier ganz normal entwickeln. Und das Ganze gucken wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. So, und zwar sehen wir hier schon HelloVid. Und was heißt der Text, der in unserem JavaScript geladen wird, nämlich hier, wird hier korrekt angezeigt. Und wenn ich jetzt hier irgendwas reinschreibe, zum Beispiel Test, das Ganze Abspeicher, seht ihr auch, wie schnell das hier direkt geladen wird. Innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde ist das quasi aktualisiert. Und über Hot Modular Replacement wird nicht mal die Seite neu geladen. Also die Route bleibt immer gleich, auch wenn ihr quasi Änderungen vornehmt. Das ist sehr, sehr praktisch. Wir wollen in Zukunft das hier gar nicht erst drin haben. In dem Moment speichere ich das und es verschwindet gänzlich, weil in Zukunft möchte ich hier immer auf einem komplett blanken Canvas anfangen. Und hier in unserer Style.css möchten wir auch einen absoluten blanken Canvas haben. Was ich aber, wie auch in meinen vergangenen Tutorials, gerne nutzen möchte, ist ein kleines Preset. Deswegen erstelle ich jetzt hier eine neue Datei und sage Unterstrich und dann Preset.scss. In diesem Preset kopiere ich mir jetzt mal ein bisschen was zusammen. Und zwar als erstes einfach ein paar Farbvariablen, die den längeren Zuschauern unter euch ein Begriff sein sollten. Und zwar sind das einfach meine Standardfarben, die ich in allen meinen Videos verwende, damit quasi so ein bisschen CI, CD, also Corporate Identity des Channels übernommen werden kann. Da muss ich das nicht in jedem Tutorial neu machen. Außerdem sage ich hier Body, HTML und definiere hier ein paar grundsätzliche Gegebenheiten. Nämlich einmal sage ich Weite 100%, Höhe 100% und wir sagen hier Display Flex und hier Justify Content, äh, Content, Justify Content, Center und Align Items, ebenfalls Center. Das sorgt dafür, dass zukünftig alle Elemente in unserem Projekt direkt in der Mitte zentriert sind. Das mache ich in fast allen Tutorials so, einfach weil es ein bisschen übersichtlicher und ein bisschen logischer ist, das so zu machen. Außerdem habe ich hier eine Background Color, in dem Fall sage ich Second. Das Ganze speichere ich jetzt ab und natürlich haben wir hier auch eine Standard Font Size, weil ich gerne mit RAM arbeite, sagen wir, wir haben eine Standard Font Size von 10 Pixeln und zusätzlich haben wir noch einen Standard Margin von 0 und einen Padding von 0. Das Ganze ist jetzt schon mal gar nicht schlecht und könnten wir so erstmal auch in Ruhe lassen. Was wir jetzt aber noch brauchen, ist innerhalb unseres Bodies und HTML möchte ich gerne alle Elemente, beziehungsweise eigentlich möchte ich alle Elemente, egal wo die liegen, ansprechen. Und zwar möchte ich hier sagen, Box Sizing und hier sage ich Border minus Box. Das Ganze bedeutet nämlich, dass Margin und Padding korrekt berechnet werden und das Ganze nicht so berechnet ist, dass beispielsweise die Abstände auf die eigentliche Größe des Objektes drauf kommen, sondern dass das mit zusammenzählt. In dem Moment, wenn wir das gemacht haben, kann ich das hier schließen und wir gehen hier oben hin und kopieren uns auch nochmal komplett unsere Schriften hier raus und fügen die ebenfalls hier oben in Presets hinzu. In dem Moment werden diese Schriftenroboto quasi immer importiert und wir können jetzt hier hingehen und sagen einfach, wir möchten das Ganze jetzt in unser SCSS importieren. Hierfür sage ich Add Import und habe dann die Möglichkeit einfach zu sagen Preset. und das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Fall sieht ihr, der Hintergrund ist dunkel geworden, weil in dem Fall über den Import auf die Preset-Datei, dieser Unterstrich, sorgt quasi dafür, dass SCSS beziehungsweise SAS sagt, das ist ein Module, was importiert wird in andere SAS-Dateien und dann können wir das einfach mit Preset ansprechen, ohne Dateikürzung und alles und können jetzt hier alles Mögliche verwenden. Zum Beispiel kann ich jetzt hier auf der obersten Ebene sagen, ich möchte jetzt gerne hier eine H1 haben und schreibe ich hier einfach mal Hallo. Das Ganze würde jetzt hier auch korrekt geladen werden. Wir können jetzt hier in unseren Preset gehen und sagen, okay, innerhalb unseres Bodies haben wir per Default Color und hier zum Beispiel einfach CI Blue. Speichern das Ganze ab und jetzt haben wir einen blauen Text da drin. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist, dass wir per Default sagen hier Font Family und sagen hier Roboto. In dem Moment wird auch Roboto korrekt geladen, weil wir das hier importieren und wir haben eine Entwicklungsumgebung, mit der wir zukünftig wunderbar JavaScript schreiben können, mit der wir wunderbar HTML-Code schreiben können, aber mit der wir auch wunderbar quasi hier auf einem blanken Canvas in style.css alle möglichen Tutorials abhandeln können. Prinzipiell fehlt uns jetzt noch einiges innerhalb dieser Entwicklungsumgebung, was unsere alte Entwicklungsumgebung konnte. Nummer eins, wir haben noch nicht alle Möglichkeiten, die SCSS beziehungsweise SAS bietet, wie zum Beispiel Auto-Prefixing und andere wichtige Toolsets noch nicht wirklich integriert, also das wird teilweise noch nicht automatisiert gemacht. Wir haben auch noch nicht alle Möglichkeiten, was JavaScript angeht, ausgeschöpft und auch solche Projekte wie zum Beispiel SSR, also Server-Side Rendering oder auch so etwas wie beispielsweise der Export in verschiedene Umgebungen und solche Geschichten ist alles noch nicht integriert, auch Unit- oder End-to-End-Testing fehlt in dieser Umgebung. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt das mal unten in die Videokommentare, dann würde ich hier bezogen nochmal neue Videos machen, aber ich wollte dieses Mal die Entwicklungsumgebung für die Tutorials so klein wie möglich halten. Ihr seht, es sind unfassbar wenig Dateien, es ist wirklich das Bare-Minimum, nicht ganz das Bare-Minimum, wie man gesehen hat am Anfang, es geht noch kleiner, aber ich denke, hiermit können wir in Zukunft wunderbar arbeiten, es geht sehr, sehr schnell, man kann es wunderbar für alle möglichen Projekte, auch sehr große Projekte als Basis benutzen und vor allem die Geschwindigkeit dieser Entwicklungsumgebung schlägt galb um Welten und schreibt doch einfach mal in die Videokommentare, was ihr darüber denkt. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, wie immer, ganz oben sind jede Menge Social-Media-Links, aber auch jede Menge Affiliate-Links, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.